Für unsere Firmen im Zürich-Oberland ist es wichtig, dass sie ihren Mitarbeitenden und Familien auch eine schöne Umgebung und eine gute Infrastruktur anbieten können. Damit wir das Ziel erreichen können, sollten wir den Standort gesamthaft anschauen und gemeinsam weiter optimieren. Es gibt Aufgaben, die wir als lokalen Verwandten oder als Unternehmer allein nicht lösen können. Miteinander werden wir unsere Region weiterbringen und den Unternehmer eine starke Stimme geben.